hallo und herzlich willkommen zu folge nummer 22 meiner serie let's killmittel das ist hier gerade das team was wir in der letzten folge aufgebaut haben vorne mit dem inform trio neymar team of the year ben afer inform der noch mal ein upgrade bekommen hat und quadrado auf rechts wir haben dieses team letzte folge zusammengebaut pogba ist sogar auch noch drin als inform und laurent blanc als innenverteidiger plus neuer im tor ich glaube es ist wirklich sehr starkes team bis auf adriano und vielleicht wenn die eigentlich auf jeder position wirklich top besetzt und ja das haben wir in der letzten folge aufgebaut falls ihr das nicht gesehen haben solltet ihr auf jeden fall mal reinschauen denn ich glaube wir haben das ein oder andere richtig schöne tor erzielt vor allem mit quadrado der hat da richtig aufgedreht heute ist es nicht so kann ich jetzt schon mal sagen quadrado ist heute nicht ganz so stark auch wenn ich hier gerade schon die erste szene hat aber dafür sind zwei andere spieler vor allem zum vorschein gekommen die in der letzten folge noch nicht so stark waren aber jetzt hier wirklich richtig am abgehen sind dazu dann ja gleich später mehr werdet ihr dann schon sehen ja sieben uhr morgens ist es hier gerade und ich habe schon das erste video fertig geschnitten muss mir auch erst mal danach machen bin um halb fünf aufgestanden um nba zu gucken und ja ich bin auch jetzt schon überlegen was ich nach dieser folge machen werde denn ich bin nächste woche eine woche im urlaub in österreich skifahren und möchte eigentlich heute noch ein zweites video fertig machen noch was anderes für euch zu produzieren damit auch nächste woche auf jeden fall ein video von mir kommen kann da bin ich mir noch nicht genau sicher was ich machen möchte eigentlich sollte es schon auf jeden fall der letzte mit til folge seien zwei reviews habe ich fertig die entweder beide nächste woche kommen oder zumindest eins davon und was soll ich jetzt sagen genau ich muss schauen was ich in letztem mithil als nächstes mache vielleicht mache ich noch eine folge mit diesem team vielleicht dann mache ich ein neues team vielleicht ein draft ihr werdet sehen ich kann euch jetzt natürlich nicht befragen normalerweise würde ich jetzt ja sagen schreibt es mal in die kommentare was sie gerne sehen wollt aber das wird dann ein bisschen knapp heute abend weil ja ich muss das video auf jeden fall vorher fertig haben bevor ihr dieses video überhaupt seht und deswegen ja kommt das nicht wirklich hin wir sind hier schon in der 90 minute gerade vom ersten spiel es steht immer noch 0 zu 0 hatten die ein oder andere szene aber eben nichts torbringendes zwischendurch immer wieder in torgefahr gekommen so sieht es auch in dieser szene ja aus mit neymar der sich da gut durchsetzt aber der abschluss dann ja zu schwach quadrado kommt den ball vor die füße aber schießt wirklich direkt den verteidiger an hier sehen wir mal kurz die statistiken ich glaube ich war schon ja deutlich im vorteil mit 61 prozent ballbesitz und 86 prozent passgenauigkeit auch deutlich mehr torabschlüsse aber es sollte eben nicht zum letztendlichen tor reichen denn das erzielt dann der gegner hier in der 105 minute also das 1 zu 0 für den gegner wir liegen hinten aber dann ist ein mann da der hier seine grund ganz ganz großen tag hat nämlich hatem ben arfa 110 minute der erste skill run von ihm ist schön über die seite reingezogen das wird man noch recht häufig in dieser folge sehen denn das hat irgendwie gegen jeden gegner funktioniert es kommt immer alles von links und dann in den straffraum ein entweder mit neymar oder mit ben arfa hier direkt die nächste szene mit ben arfa ein paar relativ sinnlose skillmuster zwischendurch gemacht weil ich mich nicht genau entscheiden konnte was ich letztendlich machen will hier war es dann aber richtig gut nämlich mit dem elastikor am ersten vorbei kurzes no touch wibling am zweiten vorbei nochmal den ball auf den anderen fuß gelegt und dann sicher abgeschlossen in die kurze ecke und so dann mit ben arfa das spiel gedreht 1 zu hinten gelegen 2 1 gewonnen so wollen wir das natürlich sehen auch wenn es nicht immer so knapp sein muss also so ein 3 0 finde ich auch ganz in ordnung ist auf jeden fall ein bisschen sicherer als so ein sieg nach verlängung der gegner jetzt hier mit einem kompletten bronze team recht merkwürdig da eigentlich weil mittlerweile sollte echt fast jeder ein vernünftiges team haben und er sein team auch irgendwie mls benannt und das war halt kein komplettes mls team so ganz einfach quadrado geht hier durch in der ersten szene wieder in der zehn minute verliert aber leider relativ schnell den ball bekommt ihn aber noch mal zurück hier direkt in der zehnten minute sind wir gerade wird dann da gefault und dann gibt es eine freischussposition und das sind freistöße die ich immer sehr sehr gerne schießt und auch meistens sehr gut schießen neymar tritt da an und den habe ich selbst jetzt wo ich das video hier schon geschnitten sehe habe ich den wieder fast drin gesehen also der muss wirklich ziemlich knapp gewesen sein sah für mich zumindest mega so aus und im spiel ich bin auch aufgesprungen von meinem stuhl weil für mich war der ball irgendwie drin war aber wahrscheinlich doch einen halben meter oder so daneben rechts leider vorbei und der name ist das jetzt ja auch in der nächsten szene sich sehr gut durchsetzt aber dann bei dem abschluss habe ich leider ja ein bisschen ein bisschen geschlampt kann man sagen hätte ich den ball noch mal ein bisschen weiter in die mitte ziehen sollen und dann mit rechts schön links oben abschließen sollen rechts oben in die rechte ecke und dann wäre das glaube ich echt ein sicheres tor gewesen quadrado ist das jetzt hier wieder ich habe mich glaube ich geirrt ich habe ja am anfang gesagt von ihm kommt gar nicht so viel aber es scheint doch die ein oder andere szene zu kommen es sind glaube ich aber keine tore von ihm gefallen aber vielleicht vertue ich mich auch da auch in diesem spiel zur halbzeit wir stehen sehr gut da aber eben ohne tor 91 prozent passgenauigkeit ist überragend gut fast schon zu viel da kann man schon sagen da habe ich nicht genug risiko begangen was die pässe angeht dann hat es hier erstmal extrem geleckt für 20 minuten habe ich jetzt auch natürlich dann den cut nachgesetzt da war es echt komplett unspielbar deswegen ist da auch nichts passiert aber dann ging es letztendlich wieder in der 76 minuten also nehmen wir jetzt über die außen genau das was ich vorhin meinte noch mal im roulette am letzten vorbei und dann der sichere abschluss das kann er natürlich hat sogar auf fünf sterne auf dem schwachen fuß auch wenn es jetzt der starke war aber nur mal so als kommentar nebenbei 84 minuten noch mal nehmen wir machen fast genau dasselbe running waka waka leider den ball verloren und dann bin ich da irgendwie auf den bumper auf l1 gekommen und so dann kam dann da letztendlich der lupfack von quadrado hier läuft er einfach durch mich durch es war quasi sein erster torschuss oder vielleicht auch sein zweiter denn er sieht man sieht er zwei torschüsse und der ball war drin ich konnte nichts machen er ist einfach durch mich durchgelaufen und ich an ihm vorbei ja so steht es also 1 zu 1 und wir gehen erneut in die verlängerung wo wir jetzt natürlich wieder das entscheidende tor erzielen wollen vielleicht ist es wieder ben arfer vielleicht ist es aber auch neymar so wie in dieser szene hier genau das meinte ich nämlich neymar erzielt also das tor 2 zu 1 fuch und ben arfer mit einem richtig schönen freistoß aber nur an den pfosten leider es bleibt aber weiterhin spannenden wir es ist nur ein torunterschied und in der 104 minuten kann immer noch was passieren auch wenn neymar ist jetzt hier für uns wieder ist er sich das sehr schön durchsetzt mit dieser schuss findet er eigentlich fast gefault wird also wäre da fallen gewesen fallen gewesen vor allem wäre da hingefallen dann gäbe es da mit sicherheit einen elfmeter bin ich mir relativ sicher und hier haben wir dann zum glück noch mal zum glück noch mal glück nämlich in der 120 minuten wo neuer den ball aus dem tor fisch also das wäre fast das 2 zu 2 gewesen und gegen so ein gegner im elfmeterschießen das ja das wäre echt unnötig gewesen weil ich das spiel eigentlich schon fast die ganze zeit in der hand hatte und echt die meisten szenen hatte jetzt der gegner hier mit einem kompletten serie a team ist das dritte und letztes spiel dieser folge tevez im sturm natürlich das sieht man ja echt häufig weil durch pereira und die baller hat man da immer diese argentinien kombination so dass man auch in einem serie a team mal sehr gut tevez mit einbauen kann ich habe das auch schon mal ausprobiert und es hat auch sehr gut funktioniert tevez ist wirklich ein sehr sehr starker spieler hier wollte ich mal was schönes probieren habe einfach von da mal die flanke wollte eigentlich ein rabona machen von der rabona aufs zu er macht die normale flanke und dann geht neymar sogar mit dem kopf dran und sowas dann natürlich abseits nächstes hin hier neymar richtig schön wieder mit dem aschluss wieder von links nach rechts rein und auch dieses mal sieht sehr gut für uns aus zur halbzeit diesmal führen wir sogar und wir haben deutlich mehr ballbesitz und ja eine deutlich bessere passgenauigkeit als der gegner also da stehen wir im moment was diese spiele angeht wirklich immer sehr sehr gut da aber das spiel ist noch nicht zu ende wir sind gerade mal in der zweiten halbzeit angekommen neymar hier mit dem running waka waka dann auch mal ein schöner ball road shop aber dann letztendlich schon den ball verloren relativ schnell adriano kommt noch mal zurück wenn afa kann sich den ball hier hoch fliegt macht mal direkten volley eine schöne abnahme da wollte ich einfach mal probieren wenn so ein ding reingeht ist das finde ich auch ein richtig geiles tor hat leider nicht funktioniert und dann ist der gegner da er ist jetzt wirklich ab dieser phase deutlich deutlich stärker geworden hat er den ersten guten abschluss gefunden auch hier noch mal tevez mit dem ball und ab da ist tevez schon gefährlich ist es schon wirklich richtig gute situation für den gegner denn tevez hat einen wahnsinnig guten abschluss auch außerhalb des sechseners und deswegen ist es schön dass wir dann neuer im tor haben der den ball da abwehren kann aber der gegner weiterhin wirklich in der sehr guten druckphase und hier spielt er dann richtig guten pass in die mitte zu pereira und er macht das 1 zu 1 zwar verdient auf jeden fall wir haben in der ersten halbzeit sehr gut gespielt aber nach dem 1 zu 0 deutlich nachgelassen und so kam der gegner dann immer wieder zu sehen hier legt sich ben arfer den ball leider ein bisschen weit vor sonst wäre das eine gute möglichkeit zum 2 zu 1 gewesen und so sind wir jetzt schon in der 85 minuten der gegner gerade mit einer konterszene aber wir fangen den ball ab mit pogba von dem man auch in dieser folge wieder nichts gesehen hat eigentlich es wundert mich wirklich weil eigentlich ist das ein spieler der auch für highlight sorgen kann ich meine vier sterne skills er hat einen überragenden longshot eigentlich aber auch in der letzten folge wirklich wenig von ihm zu sehen da habe ich ja schon gesagt dass ich so ein bisschen enttäuscht bin und dieser folge erst recht nichts und dann sind wir in der verlängerung und er liegen auch direkt mal 2 zu 1 in 118 minuten der nächste angriff vom gegner ich verteidige nicht gut mit laurent blanc weil ich ja ich wechsel den spieler relativ spät muss dann irgendwie hinkommen rennen einfach nur und ja rennen an seinem schuss vorbei und er macht das 3 zu 1 in der 120 abate noch mit einem weltklasse schuss hier gerade in der letzten szene und so verlieren wir dann das dritte spiel dieser folge mit 3 zu 1 zwei siege eine niederlage ein paar schöne tore man kann glaube ich letztendlich zufrieden sein es hätte noch ein bisschen besser laufen können aber es war jetzt auch nicht keine kalte katastrophe sage ich mal ich finde dieses team immer noch sehr gut spielbar die formation gefällt mir vorne die 35 star skiller gefallen mir sehr gut und auch eigentlich im mittelfeld ist es wirklich solide also es macht spaß mit diesem team deswegen bin ich echt am überlegen ob ich noch eine folge damit aufzeichnen möchte meistens mache ich ja immer nur zwei zwei folgen pro team aber ich glaube ich werde gleich noch mal ein paar spiele mit diesem team machen weil es echt spaß macht und ich glaube mit den 35 star skillern da vorne kann man auch echt für einige highlights sorgen ich hoffe euch hat die folge gefallen ich hoffe ihr schaltet beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt let's give me till folge 23 und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal haut rein leute ciao willkommen ich bin es hier mit der siebten folge let's give me till die wahrscheinlich letzte folge die ich in meinen Semesterferien aufnehmen kann danach geht es dann am montag wieder los mit der UN